Kenfranc ist ein kleiner Ort in den spanischen Pyrenäen an der Grenze zu Frankreich. Es liegt im Tal des Aragon südlich des Sompotpasses in der Provinz Hüske der Autonomegemeinschaft Aragonien. Kenfranc ist auch der Hauptort des gleichnamigen Municipio und besteht aus zwei Teilen. Dem ursprünglichen Kenfranc, auch Kenfranc Pueblo oder Kenfranc Quemado genannt, und dem vier Kilometer talaufwärts gelegenen größeren Kenfranc-Estation. Kenfranc liegt am aragonessischen Zweig des Jakobswegs. Geschichte Kenfranc entstand im Mittelalter als Grenzstation. Den Namen Campus Frankes soll es aufgrund der Aufgabe für seine Bewohner erhalten haben, den Weg für Reisende und Pilger stets frei von Hindernissen zu halten. Beim Brand von 1944 wurden die historischen Zeugnisse des Ortes weitgehend zerstört. Zu diesem Zeitpunkt war mit der Siedlung um den Bahnhof Kenfranc-Estation schon das neue Kenfranc entstanden. Dessen Kernstück war der internationale Bahnhof. Zwar zeigte er sich bald als zu optimistisch geplant und wurde nach Einstellung der Bahnlinie in Richtung Pau nur noch sehr wenig genutzt, bescherte dem Ort aber bis heute eine bizarre Berühmtheit. Mit der Entstehung des Ski- und Wandertourismus in den Pyrenäen erwachte der Ort wieder. Die Skigebiete Aston und Kentenschuh werden von hier aus mit Bussen bedient. Bis zur Einführung des EU-Binnenmarktes versorgten die hiesigen Geschäfte französische Einkaufstouristen mit preiswerten Spirituosen. Um die Jahrtausendwende wurde der Sompott-Straßentunnel eingeweiht, der parallel zum alten Eisenbahntunnel verläuft. Aktuell arbeitet man an der Restaurierung des Bahnhofs. Die Wiederaufnahme des Zugverkehrs nach Pau durch die SNCF ist für das Jahr 2020 geplant. Sehenswürdigkeiten Ken Frank Pueblo Am südlichen Ortsausgang befinden sich die Reste der romanischen Pfarrkirche und eine sehr gut erhaltene romanische Brücke mit einem Bogen. Die Reste des im 12. Jahrhundert nahe der Pfarrkirche gegründeten Pilgerhospizes sind nicht mehr zu besichtigen. Weiterhin wurden vor kurzem die Reste einer mittelalterlichen Burg oberhalb des Dorfes ausgegraben. Ken Frankestation Torre Ritter de Fusil-Erie. Als im 19. Jahrhundert Frankreich eine neue Straße zum Sompott baute, die zudem noch mit der Festung von Portalet gut zu verteidigen war, entschloss man sich auf spanischer Seite, neue Verteidigungsanlagen gegen eine mögliche französische Intervention zu errichten. Eine ist die südliches Ortsausgang auf einem kleinen Felsvorsprung gelegene Torre Ritter de Fusil-Erie. Der von einem Graben umgebene Bau wirkt mittelalterlich. Auf vier Etagen bot er Platz für 25 Personen, neben einem Amtsraum gab es Küche, Krankenstube, Verlies- und Brennholzlager. Mitte der 1990er Jahre sollte die Torre Ritter dem Neubau der spanischen Bundesstraße N330 weichen. Die Bürger des Ortes verhinderten den Abrils. Nach der anschließenden Rekonstruktion diente es einige Zeit als Museum und Informationszentrum für den Bau des Sompott-Straßentunnels. Aktuell soll es nicht öffentlich zugänglich sein. Sompott-Straßentunnel am Ortsausgang befindet sich der Eingang des Sompott-Straßentunnels. Ab Anfang der 1990er Jahre wurde dieser Tunnel parallel zum alten Eisenbahntunnel als Verbindung zwischen Frankreich und Spanien gegraben. Er ist einer der sichersten Straßentunnel Europas. Aufgrund der anschließend schlechten Straßenverhältnisse auf französischer Seite soll er jedoch unterhalb des prognostizierten Verkehrsaufkommens genutzt werden. Festung COLD Ladrons Eine weitere Verteidigungsanlage, die im 18. Jahrhundert errichtet und um 1900 erneuert wurde. Sie liegt malerisch oberhalb des Ortes in COLD Ladrons und befindet sich in desaströsem Zustand. Bahnhof Wichtigste Sehenswürdigkeit Kenfrost ist dessen Bahnhof, der als Teil der Bahnstreckenbau Kenfrank und Saragossa Kenfrank geplant wurde. Der Bahnhof war während des Zweiten Weltkrieges Hauptumschlagort für Raubgold. Das von Nazi-Deutschland an Spanien und Portugal für kriegswichtige Rohstoffe wie Wolfram bezahlt wurde, Hauptartikel Bahnhof Kenfrank Bevölkerungsentwicklung der Bahnhof Schaus Vielen Dank.